So, da bin ich wieder. Also neuer Tag, neues Glück. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lang ich hier im Knast rumhängen muss, beziehungsweise im Bett. Jetzt weiß ich's. 8 Uhr morgens anscheinend wieder ein Antreten. Ne. Okay, Zellen wurden gefilzt von Lee und Simon. Das heutige Essen wird mit Kaviar gereicht. Jemand hat in den Teich gekackt. Okay, ich war's nicht. Jemand hat ein Gefängnis... Klo runtergespült, Schuppen eingebrochen. Jemand hat alle Kekse verputzt. Jemand hat in den Schuppen eingebrochen. Also es scheint hier wohl völlig random zu sein, was die da sagen. Ohne Sinn und Verstand. Ich werde der Erste sein beim Essen. Ich werde der Erste sein beim Essen. Ich werde... Ich bin da. Her mit dem Futter. Hinsetzen. Im Ernst, riech mal. Warte mal, wir wollen mal schauen. Was hat er denn hier? Irgendwas zu verkaufen. Metallblech. Erste-Hilfe-Kasten. Nägel. Schlaftabletten. Schlaftabletten wär schon irgendwie geil. Nun gut. Ich brauche einen Pfefferminz. Es riecht nach Hundefutter. In meinem Püree ist ein Fliege. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange das hier... Ich muss jetzt auch nirgendwo hin, weil ich gar keinen Job habe. Ich habe keinen Job. Das heißt, ich hänge jetzt hier den ganzen Tag einfach nur beschissen rum. Hey, warte mal. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. 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 Gut. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Aber warte mal. Wenn jetzt alle Leute hier ihrem Job nachgehen, könnte ich ja mal gucken, was meine Kollegen so alles in ihrer Zelle haben. Nix im Klo. Durchsuchen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Draht, Nägel. Scheiße, geht nicht mehr. Okay. Das ist meine Zelle. Alter, nichts hier rein. Ich würde sagen, Draht. Hat nichts verloren. Zahnpasse ist okay. Klopapier ist auch okay. Tasse, Stück Seife, Kamm. Kamm, Stück Seife. Ja, Zahnpasse. Würde ich sagen, nehmen wir mal einen Kamm raus. Den kann ich ja ohne weiteres mit mir rumtragen. So, geht mal schnell weg. Genau. Pfeile. Geil. Nehmen wir. Was hat er? Fächer. Weiß noch nicht wofür. Nehmen wir auch. Trainieren. Ja, dann trainier mal. Ich weiß jetzt nicht, wie ich trainieren soll. Na gut. Wir sollen eh essen. Gehen wir mal schnell essen, bevor wir hier noch irgendwie unangenehm auffallen. Schön, da prübeln sich wieder welche. Was hat er denn hier? Er hat einen Hammer. Zwei Schlagstöcker. Eine Pfeile. Pfeile haben wir auch schon. Geschenke habe ich nicht zu vergeben. Fallen lassen. Ja, ich will ihn fallen lassen. Oh. Ich möchte ihn ja... Sorry. Tut mir leid. Oh, scheiße. Wer ist er denn? Arbeitsvermittler. Ah, da komme ich nicht rein. Okay. Was ist das hier? Stellenangebote. Äh. Okay. Dein kriminelles Gehabe stinkt genauso wie deine Klamotten. Das einzige, was an euch Gefangene riechen will, ist der frische Duft von Recht und Ordnung. Stecke verschmutzte Kleidung aus dem Wagen. Voll schmutzige Wäsche in die Waschmaschinen. Liege sie, sobald sie sauber sind, in den Wagen für saubere Wäsche. Also, ich könnte mir den ganzen Mist jetzt hier durchlesen. Aber so wie ich das sehe, ist auch schon alles vergeben. Und somit lassen wir es mal. Es gibt also derzeitlich keine freien Stellen. Genau, geh mal weg. Er hat nix. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh auch weg. Gut. Da kommt das noch rein. Fächer, glaube ich, ist nicht so schlimm. Aber packe ich auch mal weg. Wollen wir mal schauen, was er so hat. Ja, auch nix, wo ich sagen würde, kann man brauchen. Beziehungsweise meistens hat man es. Oder wir haben es zumindest. Ich könnte natürlich auch nochmal ins Klo gucken können. Das mache ich jetzt mal bei ihm. Lalalalalalala. So. Rein hier. Durchsuchung. Taschenlampe DVD Da hat er nix Kleinst du einen Ausbruch oder was? Nein? Vielleicht? Weiß nicht? Geh weg So Taschenlampe Ja, das ist jetzt irgendwie schon echt Kake Weil das Inventar einfach voll ist Also Zahnpasta raus DVD rein Zahnpasta brauche ich auch gar nicht Den Scheiß können wir auch Genauso wie so viele Kämme Löffel, Löffel weg So, jetzt machen wir folgendes Dann sorgen wir wirklich mal den Kram Den ich jetzt Talkum Puder Nee, behalten wir Und das Rasierschaum Weg, dann nix So, seine Reißnägel klauen wir nochmal Also, jetzt probieren wir mal was aus Und zwar das und das Das haben wir ja vorhin schon einmal im Tutorial gelernt Socke, Seife Was? Ah Sie müssen acht weitere Acht weitere Intellekte zu bauen Also sprich, ich bin zu dumm Wie? Okay, da unten konnte man trainieren Ich denke mal, wenn man auf eine Pumperbank geht Dann bringt das nicht allzu viel Was ist das hier für ein Laden? Internet Acht weitere Intellekt Oder Intelligenz Jetzt ist die Frage Wo kann ich das überhaupt sehen? Okay, das hier Müdigkeit Dann machen wir uns mal richtig fertig Alleine acht weitere Intellekt Es geht darum, ein Stück Seife in eine Socke zu stecken Dann scheint er irgendwo Auf dem Niveau von Berlin Tag und Nacht angekommen zu sein Der Junge, wenn er das nicht auf die Reihe kriegt Oh, warte mal Ich werde gesucht Ich muss irgendwo hin Ja, ja, Leute Ich bin ja da Ich will duschen Unbedingt Ich habe ein Quietschehähnchen verloren Was will ein Shane hier? Der hat eine Waffe Ein Hammer dabei Ich werde bescheuert Okay Stufenleiter Armbanduhr Brecheisen Geile Nummer Schlaftabletten Aber dafür will er Geld Und wir haben gerade mal acht Was hat er denn hier? Folie Schlaftabletten Oh, den würde ich gerne haben Schraubenschluss Oder Schraubendreher Ja eigentlich Oder Schraubenzieher So, wie lange muss ich jetzt hier unter der Dusche bleiben? Da merkt man mal wieder Ne Prügelt euch, wie ihr wollt Aber nicht, wenn ich dabei bin So, jetzt das Interessante Ein Mann nackt unter der Dusche Und hat trotzdem Sachen dabei Ich kann nichts mitnehmen Ein paar Karten Ein paar Karten Kann man vielleicht noch irgendwie mal verkloppen So, trainieren Ja Gehen wir einfach mal aufs Laufband Gehen wir mal runter Gehen wir mal da rauf Oder mit der rechten Maustaste Schauen wir mal Mal runter Abend Freizeit Abend Freizeit Okay Wir haben Abend Freizeit Ah, warte mal Im Wechsel mit dem Ringfinger Mit dem Zeigefinger zu drücken Ist schon Ne, warte mal Ich nehme mal beide Zeigefinger Ist ja richtig ätzend sonst Jo Aber ich werde schon ein kleines bisschen gesucht Jetzt nicht mehr Wiederholung 15 Das kann doch nicht gesund sein, oder Ich muss gleich erstmal rausfinden Wie Guck mal Schon fast hier wieder Schwitzi Stinkig Da oben 97 Komm schon, komm schon 101 Yeah Du bist zu müde Ups Gehen wir mal duschen Dann geht das glaube ich wieder runter Jawohl Man muss doch irgendwo Mit irgendeiner Taste Okay Q E Bringt alles nix Wir drücken uns jetzt hier einmal So ein kleines bisschen Durch die Tastatur durch Um mal zu gucken Ob man hier Irgendwo auch sehen kann Wie viele Intelligenzpunkte man hat Oder warte mal Vielleicht hier Profil Aha Stärke Geschwindigkeit Intelligenz So Wir merken uns jetzt einfach mal Wir merken uns jetzt einfach mal Intelligenz Und gehen nochmal In diesen Nein Nein Ich wollte jetzt gerade eben noch einmal Zu diesem Internetraum da gehen Weil da war ja auch dieser Fortschrittsbalken Ich denke mal Dass es damit irgendwas zu tun hatte Wo stehe ich denn Ach da Jo Männer Labert rum Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten Folgende Abschauen bekommt Eine Zelle gefilzt Lee und Pierre Wir stehen zu euren Diensten Blicke mich immer wieder stolz Was Wir erweitern unser Kabelfernsehangebot um Irgendwas Gut Armbrot gab es anscheinend nicht Ist aber auch nicht allzu schlimm Ich würde jetzt ganz gerne mal wissen Warte mal Aha Eingesperrt Scheiße Gegenstände wegwerfen Dein Schreibtisch Äh Was Ich hab doch gerade Auf den Fernseher geklickt Kammwaffe Wieso jetzt Kammwaffe Das war doch gerade eben Ein Kamm Hä Ich klicke mit einem Kamm Auf den Wahrscheinlich hat er die Wand Genommen oder was Hat das Ding scharf gemacht Upsi Okay Wir haben eine Kammwaffe Ja gut Das ist klar Das ist Aus dem Tutorial Ja Können wir ja die Lüftungsschächte sehen Gut Ich würde mal sagen Pack einfach mal zwei Sachen weg Und dann geht es jetzt Zuerst mal Ab ins Bett Auf zum nächsten Tag Wollen wir das Spiel speichern Selbstverständlich Ja Bis morgen früh J naturally You J Pas typing stad mont